Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat er den Nassossen genommen und stößt auf Stearnsdorf vor. Der Feind abholiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Thurnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Richtenberg-Marlsdorf-Karls-Faust gelangt. Im Angriff steigt das, bis das alles in Ordnung kommt. Mathurer, Steiner, Steiner konnte nicht gegen Kräfte für einen Angriff passieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Kaltel, Jodeln, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Verschickt sie, dass ihr Spaden die Wanderwälder wieder heilt. Oh, ich weiß nicht, dass alle Gäste. Da bin ich sehr an der Verlogen. Jede haben Verlogen, sondern ihr euch ein. Die gesamten Gäste sind in den Zweiteren in den Haufen. Niederverrechte, Treue oder Feindlede. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die für Sie verhüsten. Ich bin ein Feind, der Verreiter von Zahner. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Kinder meint den Gesackel, meint das ganze Fall. Sie sind ohne Ehre. Wir sind ohne Ehre. Ich wollte ja von der Akademie, und doch habe ich allein, allein pro Sprechstestet, bezahlbar, verobert, verratere, von allem Alter an, welche so verraten und vertraut war. Es war ein unterheurer Verrater in der deutschen Sonne. Aber alle dieser Verrater werden bezahlen. Mit jeweiligen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das Zauber in ihrem eigenen Blut. I ut. Together, geh mit dich doch. Und den Felsen in den Wind gesprachen. Es ist oft möglich, unter diesen Aufsteigen zu führen. Es ist aus. Der Trick ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Sie verlasse, erfen Sie sich, der Wald ist. Eher jacke ich mir an den Kugel durch den Kopf. Soll ich Sie, meine Herren. Soll ich Sie, meine Herren.